Was geht meine Freunde, das ist Christian Suga, willkommen zu kleinen Kommentaren, ja im Hintergrund hier ein ganzes Ghost Gameplay meine Freunde, ja Ghost endlich mal, es hat Spaß gemacht und ja ich habe mit dem Tedzco gespielt meine Freunde, Tedzco meine Freunde, ja ich habe mit dem Tedzco gespielt, ich habe ihn jetzt auch in der FL, haben wir eine schöne Campstore gemacht, 2 Minuten, 2,5 Minuten so nett anzugucken und ja, hatte richtig gebockt die Runde, ich hatte am Ende mehr Kills als er, irgendwie 20-20 oder so und ich hatte der 60-5, aber ja läuft halt wieder, kann man nicht jede Runde gut haben, der zu haben und jo, angeht sich hier ein geiles Gameplay mit der Honey Badger spielt, man wird gleich irgendwo eingeblendet sein hier, welche Klassik hatte, ja eigentlich richtig neide Klassik, ich empfehle euch die wirklich, ist richtig gut und jo, ich wollte noch was sagen, ich habe ja schon die Xbox One, Ghost wird bald geholt und dann probiere ich mal eine nette Gameplays zu erspielen auf der neuen Konsole, und eigentlich war es das auch, ja ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, wollte ein kurzes Kommentar machen und jo, ich hoffe euch gefällt das Gameplay und schaut euch bitte zum Ende an und kommentieren, abonnieren, favorisieren, nicht vergessen, jo, tschüss Leute! Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.